Heute sind wir beim Fechten, und zwar zu Gast beim USV Jena. Ich bin fit. Ich bin fit fürs Fechten. Gehen wir es an. Machst du auch, Mensch, wie beim Packen? Das ist die Stellung, die ich kenne. Jetzt weiß ich es. Es geht ab. Das darf ich vorstellen, Thomas der Fechter. Ich bin fit. Ich bin fit. Ich bin fit. Ja, sind wir ganz ehrlich. Dabei sein ist alles, und das gilt auch beim Fechten für ein Osti. Das geht ab. Ich bin fit. Ich bin fit.